Wir machen heute die Miss Creek Challenge mit David. Hallo! Guten Morgen! Das heißt, wir dürfen nur den Gegner Loot nehmen, den gegnerischen Loot. Wenn wir einen Gegner killen, müssen wir unseren Loot weglegen. Also mit Heal, ich mache mit Heal alles weglegen. Auf die Metze oder so. Und dann dürfen wir von den Gegnern den Loot nehmen. Und wir müssen uns in den Skin verwandeln. Aber wenn wir gerade in der Fight sind und es wandelt uns zurück, dann müssen wir das nicht machen. Ja, und like dieses Video gerne und teile es mir da an Freunden. Was ist das? Eigentlich ist es gut mit einem einen Gegner Kind. Du hast volle gute Waffen heute. Und dann keine mehr, außer die Letzten. Ja, mein Bad Aschen dann. Darf ich die aber nicht behalten? Nein, ich mache mit Heal. Also wenn du jetzt 10 Minis findest, du killst den G, dann musst du alle 10 wegschmeißen. Also mit Heal wegschmeißen. Ich habe auch gemerkt. Ich fahre mit dem Lamborghini. Also das Beste ist eigentlich, wenn du den Heal entweder Schild ausdrinkst oder wie man das sagen will. Oder leer machst. Ich sprenge mich auch leicht falsch selbst. Ja, und damit ist jetzt ein, oder hat irgendwen, gibt ein Beileid in die Kommen. Und schaut in die Kommentare, ob ihr lieber Kreativ sehen wollt. Oder so Challenges. Und schaut mal in die Kommentare, ob ihr... Was? Können wir mal gleich durchspielen? Ja. Und schreibt den Kommentar, ob ihr auch mal wieder ein Video mit Noelle sehen wollt. Ich glaube ja nicht, aber... Nee, 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 nee. Oh doch, nein. Wenn doch nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn die Letze ist, dann musst du dich machen. Bei mir ist da einer. Ich will den aber nicht stillen. Der hat sicher so scheiß Loot. Okay, bei mir sind zwei. Einen habe ich. Ja, doch nicht. Aber ich darf jetzt von den beiden den Loot nehmen, weil ich habe ja beide gekillt. Zum ersten Mal verwandeln würde ich sagen. Ja, du darfst jetzt nur den Loot nehmen, den du gerade gekillt hast. Ja, Junge, verwandeln dich du... Nein! Weißt du was? Ich bin eher ein Mann. Komm her. Hey, ich bin Kitt. Okay, ich habe eine graue Pistole und eine Bam. Cool. Ja, Mann. Die Pistole lege ich jetzt schon mal. Ich will mich eigentlich in ein anderes Kind verwandeln erst. Ich kann mich nicht mehr verwandeln. Ich kann mich nicht mehr verwandeln. Heuere. Heuere. Ja, sonst muss ich nicht mehr. Ich kann mich eigentlich nicht mehr zurück verwandeln. Ich habe auch keine Kill. Oh, ich kann mich nicht mehr verwandeln. Nein, ich kann mich nicht mehr verwandeln. Nein, ich kann mich nicht mehr verwandeln. weiß ich nicht warum... Oh, Minis. Aaah. Nein, ich kann mich nicht mehr verwandeln. jetzt hat er mich getroffen logisch ich kriege einen lila fisch muss ich mir holen da hat sich wo ist der kommt da drüben ist da drüben wo ich denke wo bist du da drüben ist ja nicht noch keiner warum trinke ich den biggie nicht du musst eigentlich das ganze inventar wegklägen also wenn du bei uns plätze oder so hast was du darfst du darfst du darfst du darfst kein lud mehr keine anderen lud mehr aufheben was hat das hat der eigentlich verlieblich gewachsen ich habe nur eine grüne bomb bitte nicht auf geht nein wieder geht der dicke kann den muss ich abstaunen die die busche jetzt beide mich was wollen die nein der muss ich haben logisch ich kann nicht nein du musst jetzt schauen ich muss mich haben war ich verwandle mich in den fetten kit ok wenn du noch einen kielst dann darfst du sie nicht mehr benutzen das ist ja schon klar warum nicht nötig gewesen ich hatte das auch abgestoppt ja ich habe ihn ja überhaupt gestoppt Ich hab so einen hässlichen Spiel. Ah komm. Spinnst du? Ich kann nicht sagen. Ach. Das läuft komplett. Oh. Oh, juhu. Das ist das. Das ist das. Ich weiß. Ja. Oh, ich hab. Ich habe ihn nicht benutzt, ich habe sie gelootet. Ich habe jetzt nur eine grüne Band, kein Heal, gar nichts. Ich habe ihn nicht. Boah, Lambo. Komm. Na. Da Männer und Feig sind, da musst du dich nicht verwandeln. Ihr könnt den Gegner drinnen festen, schade, ich hoffe nicht. Da fahren die Falsch-Alarm. Wie viele Pilz hast du? Zwei. Das kann es jetzt nicht sein. Das kann es nicht sein. Jawohl! Warte, Achtung, muss kurz etwas reißen. Drift! Drift! Das ist alles! Drei… Du bist nicht mehr. Ich nehme den Schwänling. Was ist das? Das ist ein bisschen gut. Tschüschen! Tschüschen! Oh, Tanksstelle! Oh, Tanksstelle! Hallo, Tanksstelle! Hallo! Was ist für meine Tochter? Danke, meine Tochter. Eigentlich zählt der Bot hier nicht. Da ist ja ein Gegner. Wenn es da ein Bot ist... Kann ich jetzt haben, in eine Verwandlung? In einen Bot? Ja, dann kannst du verwandeln, musst nicht. In der Nähe sind hier Gegner. Boah, ich hab grad so gedingst. Oh jetzt, mir schießt einer neben mir. Kommst du bitte? Ich weiß, wir machen gegeneinander, aber... Okay, der flat. Ja, schieß mich drunter. Komm bitte, komm bitte. Ich fange, ich fange, ich fange wegen meiner Stärken. Ja, ich bin dort. Die pushen mich beide. Oh nein, warte, warte, warte! Ich bin dort. Ich bin dort. Ich bin hier schon. Ah, du bist das. Junge, bin ich los. Hinter dir! Oh je. Da schaffst du dich noch. Nein. Ah, 87 KB. Dann, haut rein, schreibt gerne die nächste Challenge in die Kommentare und haut rein.